Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über das Samsung WW80T-654ALX-S2 Waschmaschine sprechen. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video, dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an. Energieeffizient und schonend waschen. Schaumaktivtechnologie. Die Schaumaktivtechnologie von Samsung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende Reinigung auch empfindlicher Kleidungsstücke. Bereits bei niedrigen Waschtemperaturen. Dazu wird ein Schaumpolster erzeugt, das seine Kleidung sanft umhüllt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So kannst du schon bei 20 Grad Energie- und kosteneffizient waschen bei gleicher Waschleistung. Intelligent Energie sparen – AI-Energy-Mode mit SmartThings Überwache und reduziere den Energieverbrauch deiner Waschmaschine. Mit Hilfe des AI-Energy-Mode kannst du deinen Stromverbrauch in der SmartThings-App ganz einfach überprüfen und deine Stromrechnung besser einschätzen. Waschprogramme, die mit aktiviertem AI-Energy-Mode laufen, verbrauchen bis zu 70% weniger Energie, indem die Laufzeit verlängert und die Wassertemperatur reduziert wird. Dank der Samsung Eco-Bubble-Technologie bei voller Waschleistung. Intelligent Waschen – Simple Control. Das neue Simple Control Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme zum Beispiel anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frisch gewaschene Wäsche voreingestellt. Die SmartThings-App berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich. Vergessene Wäsche jederzeit schnell und bequem nachlegen. AdWash. Entspannt Wäsche waschen mit AdWash. Mach dir keine Sorgen, wenn du eine fehlende Socke findest oder feststellst, dass du ein Kleidungsstück am nächsten Tag dringend brauchst. Mit der AdWash-Klappe kannst du vergessene Wäsche, zusätzliches Waschmittel, Weichspüler oder auch Handwäsche, die nur gespült oder geschleudert werden soll, jederzeit bequem nachlegen. Unabhängig vom Waschstatus und Wasserstand in der Trommel. Kompromisslos sauber in 59 Minuten. Superspeed 59 Minuten. Mit dem Superspeed 59 Minuten Programm wäschst du 5 kg Alltagswäsche in nur 59 Minuten gründlich sauber. Unsere Schaumaktiv-Technologie stellt eine effiziente Sauberkeit sicher, während eine zusätzliche Wasserzufuhr und ein Einsprühsystem, Speed Spray-Düse, das deine Wäsche mit einem kraftvollen Wasserstrahl von oben befeuchtet, die Spülzeit reduziert. Beschleunigte Schleuderdrehzahlen verkürzen die Programmdauer zusätzlich. Hygienisch saubere Wäsche Hygiene-Dampfprogramm Das Hygiene-Dampfprogramm bietet hygienische Sauberkeit für deine Wäsche bis in die letzte Faser, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung mit Dampf. Während des integrierten Dampfzyklus durchdringt Dampf von Trommelboden aus deine Wäsche und verbessert die Reinigungsqualität. Hierdurch werden Bakterien, Allergen und eingetrockneter Schmutz entfernt. Intensive Reinigung Fleckenintensivfunktion Mit der Fleckenintensivfunktion wird deine Kleidung makellos sauber, selbst bei hartnäckigen Flecken. So werden Wein, Make-up oder Gras z.B. dank signifikant verbesserter Reinigungsleistung kinderleicht und gleichzeitig entfernt. Die Kleidung wird bei andauernder Schaumproduktion 30 Minuten lang gründlich eingeweicht, sodass Flecken erst gelöst und anschließend effektiv entfernt werden. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Trocknet die Gummilippe der Klappe schlecht. Und hier ist was den Kunden am besten gefallen hat. Die Waschprogramme funktionieren grandios. Superspeed 59 Minuten dauert wirklich 59 Minuten. Kann den Endzeitpunkt der Wäsche einstellen. Add Wash Funktion ist sehr praktisch. Die Waschmaschine ist ein echter Hingucker. Das war es mit unserem Testbericht zum Samsung WW80T-654ALX-S2 Waschmaschine. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald.